Eine Sache, die habt ihr in der Show nicht gesehen, die habe ich aber gesehen, als du dich hier gerade hingesetzt hast. Du hast diesen WM-Pokal dann doch sehr intensiv angeschaut. Ja, ich habe ihn nicht nur angeschaut, ich habe ihn auch gestreichelt. Wie fühlt er sich an? Er fühlt sich echt, ich habe geguckt, ob er echt ist. Ja, wir haben ihn geklaut gestern. Ja, deswegen. Nein, er sieht echt gut aus und einfach die WM, ich finde es krass, dass sie jetzt schon wieder vorbei ist, dass es dann doch so schnell ging und ja, mit so einem Finale, ich glaube, darüber wird auch noch gesprochen, oder? Anton sagt es, wir wollen als erstes über das WM-Finale und die Weltmeisterschaft sprechen. Das war sie also, die umstrittene Weltmeisterschaft in Katar. Nach sportlich spannenden und spielerisch hochklassigen Wochen triumphierte am Ende Argentinien bei der 22. Auflage des Wettbewerbs. Auf dem Platz lagen Enttäuschungen und Überraschungen wieder nah beieinander. An welche sportliche Highlights wir uns in Zukunft gerne zurückerinnern und wie es nach dem Debakel vor allem für die DFB-Elf weitergehen sollte, jetzt bei Ed Broski. Ja, das wohl vielleicht beste WM-Finale aller Zeiten ist gespielt. Florian, ich fange mal mit dir an, weil du hier schon mal in der Sendung warst. Wie hast du das gestern gesehen, das Spiel? Hochemotional, alleine auf dem Sofa, mal wieder alleine, weil meine Freundin keinen Bock auf Fußball hat und auch keine Ahnung. Also das kann Fluch und Segen zugleich sein. Aber ich war gestern mal wieder richtig euphorisch. Also man ist mal wieder richtig auf den Sattel gegangen und ohne dass ich jeden Bezug habe zu Frankreich oder zu Argentinien. Aber als dann hinterher so die Tränen flossen, hatte ich selbst irgendwie so eine kleine Träne im Auge. Jens, wie hat man das Finale im Hause Keller geschaut? Ganz gemütlich zu Hause, beziehungsweise gemütlich war es dann nicht, wenn man das so gesehen hat, die Emotionen. Wenn man das Drehbuch vorher geschrieben hätte, man hätte es so geschrieben, ich glaube, da hätte er dich für wahnsinnig erklärt, wie das Spiel abgelaufen ist. Klarer Sieger Argentinien, dann macht Frankreich das Tor, gleich danach das Zweite. Das hat ja die Emotionen auch bei mir zu Hause. Ich habe es einfach Messi gegönnt, weil er eine großartige Karriere hinter sich hat und so am Zenit seiner Karriere jetzt ist und da nochmal Weltmeister wird, hat mich dann riesig unter dem Strich gefreut. Aber es war ein traumhaftes Endspiel. Marco, du guckst ja solche Spiele dann wahrscheinlich auch immer mit so einem kleinen journalistischen Hintergrund. Oder warst du gestern auch einfach mal nur Fan? Das geht auch tatsächlich. Also mich würde ja interessieren, wie es bei Plettenbergs dann zu Hause abgegangen ist, wenn du dann aus dem Sessel gesprungen bist oder so. Romantisch. Schön eingereicht. Romantisch. Schön mal Weihnachtsbaum. Steht der noch? Der steht wie eine 2,20 Meter, schön geschmückt. Wunderbar. Nee, aber ich kann das schon total abschalten. Aber ich bin ja auch irgendwie als Fußballfan ja auch groß geworden und kann dann auch meinen journalistischen Blick auch links liegen lassen. Und verstehe es schon, so ein Fußballspiel dann zu genießen. Und das konnte man ja durchaus genießen, wenn gleich ich sagen muss, 75 Minuten war es sehr einseitig. Echt schlechte, schwache Franzosen, weil die Argentinien einfach gut gespielt haben. Und was danach abging, Jens hat es ja auch gerade schon gesagt, das war schon nicht so verkehrt, was die da so gezaubert haben, die Jungs. Und das hat echt viel Freude gemacht und irgendwie, das ist auch so im Sinne des Sports, so haben wir ihn lieben gelernt und so lieben wir ihn, was da abgegangen ist. Das war schon ganz groß. Tim und Patrick, ihr habt selber mal bei einer Weltmeisterschaft, beziehungsweise ihr habt selber das Nationalmannschaftstrikot getragen. Wie besonders ist so ein Titel? Ich habe keinen geholt. Ja, das ist nun mal das Größte, also Weltmeisterschaft zumindest, das Größte, was du im Fußball erreichen kannst. Für dein Land zu spielen, ist ja schon mal eine Riesensache und dann eben mit deinem Land, für dein Land diesen Titel zu holen. Und das ist nun auch noch mal ein bisschen größer als der Europameistertitel. Insofern, mehr geht nicht. Deshalb Emotion pur. Und ich glaube, es ging bestimmt einigen so, gerade die es mit Messi halten, da gibt es ja auch immer eine Riesendiskussion oder gab es. Ich glaube, die ist jetzt beendet dann offiziell. Ja, wir werden auch drüber diskutieren. Ja, genau. Aber dann gönnt man einem sowas und dann kriegt man schon feuchte Augen, wenn das dann auch noch mit so einem Drehbuch am Ende zu so einem Finale kommt und dann so gespielt wird, so passiert. Aber am Ende, meiner Meinung nach, den richtigen trifft mit dem Titel, das war schon groß. Wir können uns auch sehr gerne mal die Szenen anschauen. Fangen wir doch mal mit den argentinischen Treffern an. Stand dann, also stand lange, 2 zu 0, sah lange Zeit nach einer klaren Geschichte raus. Und wir fangen gleich mit dem 1 zu 0 an. Ja, Stichwort Lionel Messi. Gucken wir mal, wann sie gleich hier reinkommt. Also ich glaube, du kannst einen Angriff nicht besser spielen als das, was wir da gestern gesehen haben. Und auch nochmal zum Elfmeter vielleicht von Messi. Ich glaube, er hat 4 oder 5 Elfmeter geschossen jetzt in der WM. Einer besser als der andere. Also insofern, er hat sich einfach erarbeitet mit seinem Team. Er hat sich auch wirklich verdient. Und Chapeau vor dem, was er jetzt erreicht hat. Wir haben schon drüber gesprochen. Frankreich wirkte in der ersten Halbzeit vor allem sehr schwach. Deschamps hat ja dann auch direkt reagiert mit einem Doppelwechsel vor der Halbzeit. Hat euch das auch in gewisser Weise überrascht, wie schwach dann Frankreich war? Ja, weil sie sind schon eine Mannschaft mit wahnsinniger Qualität. Auf jeder Position eigentlich. Das hat man dann am Ende auch gesehen. Also sie kommen nicht umsonst nochmal zurück in dieses Spiel und sind eigentlich fast dran, noch vor dem Elfmeterschießen das auf ihre Seite zu ziehen. Mit der großen Chance durch Colombo-Ani. Aber das ist vielleicht auch für den einen oder anderen nochmal beeindruckend gewesen. Wenn man zu viel darüber nachdenkt. Mensch, ich kann den Titel verteidigen und so weiter. Da kommen so viele Faktoren zusammen, dass das vielleicht auch ab und zu zu Ladehemmungen führen kann. Dann braucht es vielleicht auch irgendeine Initialzündung. Sei es die Gegentore der anderen Mannschaft. Sei es so ein Wechsel, der dann irgendwie nochmal sagt, warte mal, was passiert hier eigentlich? Wir müssen jetzt einfach nur das machen, was wir sonst auch machen, was wir können. Und das hat man dann ja ab der 75. spätestens 80. Minute gesehen. Und das war wirklich groß. Also dann hatte tatsächlich auch Argentinien-Fußball Probleme hinterherzukommen mit dem Fußball, den Frankreich gespielt hat. Und das war dann, ab da war es wirklich das beste Finale aller Zeiten. Also die letzten 10, 15 Minuten der regulären Spielzeit plus die 30 Minuten Verlängerung. Und dann auch das Elfmeterschießen. Das war schon alles Weltklasse, absolute Weltklasse. Du sprichst das Comeback von Frankreich an. Ein Name, der da natürlich nicht fehlen darf, ist Kylian Mbappé. Wir wollen uns seine beiden Tore aus der regulären Spielzeit dann auch nochmal anschauen. Aus den 90 Minuten. Ich glaube, 90 Sekunden waren es, ne? Dann stand es auf einmal 2 zu 2. Aber das übst du immer im Training. Ja, aber ich fand, das war kein schönes Tor. Das übst du immer im Training und selbst die Besten werden von 10 Situationen, wo du so ein Doppelpass spielst und den direkt aus der Luft nimmst, da gehen von 10 Versuchen wahrscheinlich 6 bis 8 irgendwo sonst wohin. Und den einen Wichtigen, auf den es ankommt, haut er eben genauso auf zu, als schon ganz groß. Ja, aber auch die Verantwortung, die er übernimmt. Also 23, insgesamt 12 WM-Tore geschossen, 8 bei diesem Turnier. Und der stellt sich dreimal an den Punkt und haut drei Elfmeter rein. Also mit Elfmeterschießen logischerweise. Also die Cochones zu haben, wirklich so als Führungsspieler dann da rauszugehen, zu sagen, mir macht das alles nichts aus. Ich bin zwar schon einmal Weltmeister geworden, ein zweites Mal wäre auch nicht so schlecht. Also da hinzugehen, so sicher, so mit so einer Überzeugung, das Spiel wirklich an sich zu reißen, für Frankreich so noch zurückzukommen. Also riesen Respekt an Mbappé, den man zwar lange nicht gesehen hat im Finale, auch im Viertelfinale gegen England hatte man ihn ja nicht so oft gesehen. Auch im Halbfinale gegen Marokko war es schwierig. Aber dann in diesen Momenten da zu sein, also das nötigt mir echt sehr, sehr viel Respekt ab. Sven Ulreicher wird sich Notizen gemacht haben gestern. Wo schießt der Mbappé hin, wo schießt der Messi hin? Weil die beiden stimmen ja dann bald auf die Bayern zu. Aber übrigens auch interessant finde ich, die Elferquote, ihr habt es ja gerade gesagt, vorhin gelesen, bei der WM 2018 17 Prozent aller Elfmeter verwandelt, bei der WM 36 Prozent. Ich weiß nicht, ob die Schützen einfach besser geworden sind? Du meinst nicht? Gehalten, genau. Also 36 Prozent gehalten. Aber das war gestern schon eiskalt, klar. Aber das ist halt Lionel Messi. Also ich habe das gestern auch noch mal irgendwann mal gesehen und gelesen. 2016 ist aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Das hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm. Als sie die Coppa verloren haben gegen Chile, da hat er den Elfmeter verschossen. Und die ganze Bevölkerung eigentlich quasi in Argentinien hat sich ja auch dafür stark gemacht, genauso wie Lionel Scaloni, der Nationaltrainer, ihn wieder zurückzuholen in die Nationalmannschaft. Und auf so einem Punkt jetzt mit 35 so zu spielen, so zu agieren, das musst du erst mal machen. Also deswegen gibt es die Diskussion für mich inzwischen auch nicht mehr. Nein, die gibt es nicht. Aber gab es nicht gestern sogar einen Rücktritt vom angekündigten Rücktritt? Naja, er hat gestern gesagt, er will jetzt einfach weiter spielen. Ein bisschen als Weltmeister will er nur ein bisschen spielen. Fake-Rücktritt. Naja, aber er hat, glaube ich, angekündigt, er möchte weiterhin auch als amtierender Weltmeister spielen. Und der Trainer, du sprichst an Scaloni, hat auch gesagt, sag mal, wenn du Lust hast, nochmal eine WM zu spielen, dann stehen dir auch alle Türen offen. Aber ich glaube, das kann man ihm auch nicht verübeln. Und da müsste man dann mal schauen, ob Lionel Messi noch genug im Tank hat, in so einem hohen Alter dann noch zu spielen. Lass uns noch kurz einmal über Kylian Mbappé reden. Jens, hast du schon mal so einen 23-jährigen Fußballer gesehen? Nein, wie wir es gerade hier schon gesagt haben, der drei Elfmeter reinhaut, ohne dass die knapp waren. Und du hast gegenüber, der Torhüter war jetzt nicht der Schlechteste. Der hat ein paar Elfmeter auch gehalten gehabt, hat enorme Qualität. Und du gehst mit 23 dahin mit einer Selbstverständlichkeit und haust die Dinge rein. Ja, ihm gehört die Zukunft. Ronaldo und Messi werden irgendwann mal abdanken. Und dann bist du natürlich mit Mbappé. Und ich sage, Musiala nenne ich im gleichen Atemzug. Der wird sicherlich, dem wird er auch die Zukunft gehören. Aber er beim WM-Fanale drei Elfmeter souverän reinmacht mit 23. Was soll da noch passieren? Der hat keinen Stress. Wir haben hier eine schöne Grafik einmal eingeblendet, die ihr seht. Wir haben gestern das Duell der Giganten gesehen. Kylian Mbappé, acht Tore, zwei Vorlagen. Messi, sieben Tore, drei Vorlagen. Und wir können es ja in den Statistiken sehen. Wir haben die meisten Dribblings gegen die zweitmeisten Dribblings, die meisten Tore gegen die zweitmeisten Tore. Das waren gestern die zwei besten Spieler der Welt aktuell? Das waren sicherlich auch die zwei besten Teams dieses Turniers. Aber klar sind das menschliche Highlights, aber auch Sportler-Highlights. Anderen kennst du ja, wenn man gegen so große spielt. Die haben gestern auf den Punkt die Leistung abgerufen, auch in den Spielen zuvor. Und ich glaube, das ist so das Bemerkenswerte. Alle stürzig auf diese Keyplayer und die haben dann auch am Ende wirklich auch dieses Turnier mit dominiert. Man hat es ja auch manchmal dann in den Finalspielen, dass eben diese Keyplayer, du hattest es gerade angesprochen, dass Mbappé zum Beispiel gegen England gar nicht mal so ein gutes Spiel hatte, weil sie dann eben forciert werden von den Gegnerteams. Aber es war ja gestern One-Man-Show gegen One-Man-Show. Ja, aber es wurde ja erst so ein One-Man-Show. Also Mbappé hat in der ersten Halbzeit jetzt auch relativ wenig mit dem Spiel zu tun gehabt. Das war zumindest so mein Eindruck. Gut, hat sich dann aber gedacht, in 90 Sekunden, komm, ich habe doch noch mal Lust. Ist dann noch sehr eng geworden. Lass uns noch ganz kurz die beiden Tore aus der Verlängerung anschauen. Die Argentinier erst mit dem 3 zu 2. Lionel Messi dann auch mal wieder aus dem Spiel getroffen. Ich weiß nicht, wie es bei euch. Ich könnte mir das den ganzen Tag angucken. Also ich glaube, das Spiel muss ich mir morgen auch noch mal in voller Länge anschauen. Ja, aber nur die Verlängerung eigentlich. Oder die letzten zehn Minuten und die Verlängerung. Das davor ist schön. Das haben die Argentinier auch gut gemacht. Also müssen wir jetzt nicht alles auf die schlechten Franzosen schieben. Es waren schon auch gute Argentinier auf dem Platz. Aber so richtig sehenswert wurde es dann, als beide wirklich ein nahezu offenes Visier hatten und sich nichts geschenkt haben. Und es ging hoch und runter. Das war ganz groß. Jetzt hat ja Deschamps in der ersten Halbzeit direkt gewechselt. Ist ja eine Höchststrafe als Spieler. Wodet ihr mal in der ersten Halbzeit ausgewechselt? Warum lachst du mir nicht? Fällt dir was ein? Ich hoffe, ja. Also das war relativ spät eigentlich. Also ich bin schon mal rausgenommen worden in der 28. glaube ich. Was ist da passiert? Ja, das war böse. Wegen Verletzung aber. Waren wir das beide, oder? Nein, ich bin alleine. Da warst du noch am 32. Aber auch in Bremen. Auch Thomas. Auch Thomas. Der macht sowas. Thomas Schaaf macht sowas. Ja, genau. Also kurz noch ein Tor vorbereitet und dann rausgenommen worden. Also sowas bei mir. Das kann schon mal dazu führen. Geschont. Vielleicht auch geschont. Ich habe im nächsten Spiel wieder gespielt, aber war schon nicht schön. Kam bei euch eigentlich auch mal die taktische Hand? Dass ihr irgendwo was zwickt, aber es hat eigentlich gar nichts gezwickt? Nee. Also du bestimmt. Sei ehrlich jetzt. Tim lächelt, das hört sich eher nach mir an. Du überlegst viel zu lange. Nein. Nein? Okay. Kann ich dich das fragen? Du bist noch aktiver Spieler. Hast du schon mal die Hand gehoben? Die taktische Hand? Die taktische Hand kam die schon mal? Nee, ich glaube dafür bin ich noch zu jung. Da gibt es keine taktische Hand, da würde ich auf dem Platz stehen. Also bis jetzt war es so schlimm, war es jetzt noch nicht, dass ich da die taktische Hand heben muss. Aber wurdest du in der ersten Halbzeit schon mal ausgewechselt? Also ich habe auf jeden Fall schon mal eine rote Karte bekommen, aber ausgewechselt, vielleicht in der Jugend oder so, aber jetzt zuletzt, in der Halbzeit wurde ich ausgewechselt. Das ist aber auch bitter. Ja klar, das ist bitter, aber zu Recht. Was war das für ein Spiel, wo du ausgewechselt hast? Ich möchte bitte die nächste Frage machen. Okay, wir machen die nächste Frage. Denn Deschamps hat ja dann recht behalten. Frankreich ist noch mal zurückgekommen. Sehr bemerkenswert, das hat mir ein bisschen leicht getan. Montiel macht das Tor, rennt zur Eckfahne, lässt sich feiern und die Hälfte der Mannschaft geht nur auf Messi drauf. Das ist auch ein bisschen bitter. Ich glaube, da sind sogar zwei, drei Spiele auf dem Weg wieder umgekehrt.